Was geil ist, die meisten Bären hängen hier fest und sterben dann. Ich hab keine Ahnung warum. Die machen's einfach. Hä? Wieso sterben sie denn plötzlich? Ich weiß das nicht. Das ist ein Hobby von denen. Ja, perwoll. Von dir ist auch. Sterben, Hobby, ne? Weil du tötest immer meine Nerven. Oh, super Wortwitz. Toll. Ich hab auch nicht zugehört, also hab ich's auch nicht ganz verstanden. Aber es wird schon richtig gewesen sein. Der macht voll toll. Voll toll. Ja. So haben wir, die eigentlich auch so wie die Sparrowmans Wasser hier, Viecher? Nein, nur, kann das nicht. Sparrowmans stehen voll auf das Wassergedünse. Aber eine ist nicht wie die andere. Du kannst dich alle in eine Kiste schmeißen und denken, sie sind immer noch das gleiche, weißt du? Ätter. Nein, auf keinen Fall. Also geht das so hin. Intellectuell. Hätte, tete, tete. Oh ja, wieder ein Rödler. Manchmal lassen sich raus, ist der Schoko. Mal gucken, mit welchem Garten ich wieder spucken kann. Und dann kommen wir immer zu 5000 auf einen. Oh, ich kotze deinen Garten voll. Du kannst dich dagegen machen. Es hat auch hier einen Weg, wo es langlaufen könnte. Nein, dann musst du wieder einen extra Weg machen. Die sind nicht... Das soll ja eigentlich schwieriger darstellen. Ich kann mich nur wiederholen. Das zeigt nicht an Schwierigkeiten, sondern an Nervtöterei. Die sind nicht schwierig, die sind einfach nur unnötig. Wie die meisten Menschen auf diesem Drecksplaneten. Es gibt ja nicht viele Idioten, aber die sind alle so strategisch überplatziert. Ich bin froh, dass du mich nicht dabei angeguckt hast, was du zu sagen hast. Dafür respektiere ich die noch ein bisschen zu viel. Aber noch. Ey, das war ein Kompliment. Jetzt habe ich es auch noch öffentlich. Ja, ich habe ein noch gesagt. Das ist auch nicht mal richtig hier. Das sollte ein Floß oder sowas sein, ne? Schau mal, was wir haben. Oh, Löwen. Ich weiß, ich heiße nicht Löwen, aber ich nenne sie einfach Löwen. Soll ich gerade anbieten, das war so. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Warum weißt du das nicht? Weil ich mich bis jetzt nicht darum gekümmert habe. Ey, die haben Tattoos auf dem Arsch. Ja. Da ist um Arschgeweih. Der will fünf Stück von denen hier haben und dann will er noch zwei davon fressen, weißt du? Was? Er will Bambis töten? Ja. Dass meine Mutter getötet werden. Gestickt mir nicht du her. Ist das ein Kuchen? Der Geschmack hat einen Kuchen. Kuchengeschmack. Ja. Ich mag Züge. Nein, 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 nein. So, wir haben jetzt schon wieder kein Basen hier drin. Das kotz mich wieder voll an. Ich habe alles vorbereitet für diese scheiß Termiten, wollte ich gerade sagen. Die scheiß Viecher. Und es kommt keine Socke rein. Shh. Die Blüte. Kein so eine Blüte zusammen. Ich bin nur noch geflasht von dieser Sonnenwoah da oben. Nee, das ist ja keine Sonnenwoah. Das ist das eine. Das Sonnenwoah ist was anderes. Das haben die Römer. Blumenwoah. Oh, die Blüten. Da ist es. So, alles schön herrichten. Ich habe gesehen, hier wurde es auch Nacht einmal. Wie willst du die ganze Zeit noch, du Held? Ich habe sowas jetzt noch einmal mitgesehen. Ja, weil du mich jetzt ablenkst. Nee, weil du einfach nicht konzentrierst bist, Alter. Sag doch einfach, dass du mich langweilst. Konzentrierst, Biest. Sag doch einfach, dass du mir langweilt bist. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Das ist nicht. Das auch nicht. Bin ich schon wieder eine Slackbox von jemandem gewesen? Nee, nee, sonst würde der Gestern alles stehen. Schen, schen, schen. Ich glaube, mach du die alle auch witzig darüber. Mach ich auch. Ja, ja. Bin schon eher weiß ich das. Wahrscheinlich dann gestanden, leistgefahren, fressen zu werden. Das habe ich. Ja, das ist gut. Auf dem Hundehaus. Nein, auf dem Fuchshaus. Egal, ich bin schon mal sicher, falls mich jemand essen möchte. Ich kann nicht der Ritter doch besitzen. Eigentlich hätte ich so theoretisch mit zwei Händen besitzen können. Denko, der Zweite. Der Erste hat dann auch so schon fünf Minuten gehabt oder so. Er ist für die Ewigkeit dort geblieben. Das war natürlich das Schild passend für dich, dass ich gleich wieder gefressen wurde. Das hat mich natürlich richtig angeturnt, ne? Alter, ich bin dreimal gekommen deswegen, ey. Oh mein Gott. Anwesend. Ja, jetzt wird es auch dumm. Jetzt sehe ich das sogar selber. Ich habe es vorher nicht registriert, aber irgendwie... Irgendwie. Das ist eigentlich auch ein Haus, diese Figur von dir selber. Nope. Okay. Aber da hinten ist auch so ein Haus mit so einer roten Tür gewesen, so einem Baum da hinten. Was ist das denn da? Genau das da. Das ist von dieser komischen Tante. Ach, diese... Aus diesem Bereich, aus dem Hinterbereich, kommt jedes Mal ihr Appa im Rollstuhl raus. Diese Tante, diese heiße Brot, die alles rumläuft. Ja, übelst heiß. Ey, Mann, ich stehe auf Crazy Phone. Zu viel Information. So, geiler Gugu. Bleib still. Vor allem, das ist ihr Bruder, ne? Mit so Info. Ich soll ein bisschen was erzählen. Ich kann ja mal erzählen, warum ich meinen Spitznamen so gewählt habe. Meinst du jetzt Dengu oder was? Genau. Ich heiße mit dem Vornamen Dennis. Und mein, ich sag mal so, mein Kindheitsidol war ja Songguckung von Dragon Ball. Und ich hab einfach meine ersten drei Buchstaben und Goku hintergesetzt. Aber Dengu ist ne Kurzform noch von. Und die hört sich auch nicht ganz so abgekupfert an. Ja, sehr spektakulär. Tja, war auch nützlich. Ich überlege, wie ich an meinen angekommen bin. Ich bin nicht mal annähernd, irgendwie. Intellektuell. Ich mag Vögel. Hastatio. Hastatio. Wie bist du an deinen Namen angekommen? Verdammt, ich hast Tatschio. Hab ich Hastatio? Er ignoriert mich. Warte mal kurz. Habe ich Hastatio? Ah, nee, hab ich nicht. Hastatio ist das Pferd. Genau. Im Endeffekt einfach nur, ich mag Vögel. Und Züge. Vögel. Du magst Vögel? Äh, ja. Das macht doch jeder eigentlich. Und, ähm. Du magst Züge. Dann hab ich mir überlegt, wie nennt es dich am besten? Was kommt da am nächsten? Irgendwas cooles mit Himmel halt so irgendwie was, was dazu passt. Dann hab ich so ein Skyline. Ja, komm, nennst du dich Skyline. Und was mit Sky net? Nee. Skyline? Aber du heißt doch Chico. Das ist mein, äh, generell Spitzname. Aber hier... Ich will Spitzname, was soll ich noch? Aber hier... Na, das ist ja... Skyline ist mein Zockername. Und hier auf YouTube heiße ich Skyline. Und, äh, Chico sind auf meinem Kanal meine, äh, Abonnenten. Oder meine Zuschauer. Das sind meine... Das sind die Chico's und Chica's. Meine erste Freundin hat einen geilen YouTube-Namen. Pudel mit Föhn. Okay. Warum nicht? Ich will's cool. Ich will's gut, wie der ist. Ich muss greifen ihn an. 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 Ja, da kommt er nicht mehr dran. Hm. Ich glaube, sie hat ihm das beschrieben. Das zu tun, was du möchtest. Ha! Wer hat das schon? Er nimmt Frister ein paar Tulpen. Hat der gerade was dahin gespuckt? Ja, schmeißt ihn mal anders hin. Genio. Er spuckt dir deinen Garten. Würde ich auch machen. Da liegt ja schon überall was kaputt rum. Das könnte er einfach gar nicht sehen. Du hättest schön hier drin. Trigger auch. Oh, er frisst gleich noch eins. Elton Schnuller oder sowas, ne? Ja. Ne, er frisst keine. Haha, will ich dir. Ich will den Füßchen. Echt nie. So, pass mal auf. Wie hast du? Oh, da hat sich viel Tulpen gefressen. Das ist gut. Du müsst dann nur noch die beiden Modrops fressen. Einer hat da schon gefressen. Das heißt, er müsste jetzt den hier fressen. Aber er haut nämlich jetzt wieder ab. Dummes Scheißdrechtsvieh. Das verkaufen. Das verkaufen. Das verkaufen. Das verkaufen. 10 hab ich hier gemacht. Trippenhaber. Oh, du brauchst Papazwerben, ne? Ach, 10. Heute Aufnahme-Session. Ich mach immer so bis zu 2 Stunden, nehm ich immer auf. Weil jetzt mal 20 Minuten Folgen sind, dann sind sie nicht so schnell zu Ende. Ich muss halt nicht so schnell abproduzieren. Scheitert natürlich, dass wir was ganz Witziges vergessen. Das wir uns in der nächsten Folge wieder machen. Zweimal Folgenpause. Ich bin nachdem, ich bin schon mal eingeführt. Ich bin jetzt mal nur wöhnen. Boah, du hast was eingeführt. Du musstest dir gleich so ausdrücken. Ja. Ja, ich weiß. Ich hab schmutzige getan. Aber die hat jeder. Ich mag deine Katze. Sie sorgt für einen tollen Hintergrundzahn. 1, 6, 9, 9, 9, 9, 9 plus leisen 12, 14. Den Jungs hat 2 Tulpen. 2, 5, 9, 10, 10, 11, 11. Oh. 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 Das, was läuft, das ist, äh, man kann es mit dem Wort Scheiße nicht mehr richtig beschreiben. Eigentlich nur noch eine Verstümmelung. Mein Fernseher ist eigentlich praktisch nur noch Dekoration zu machen. Bei mir wird Fernseher auch noch zum Zocken benutzt. Also rein zum Zocken und eigentlich sonst mehr oder weniger gar nichts mehr. Ich hab schon wieder eins gefressen. Ich frage jetzt mal, ob er dich jetzt wieder gefressen hat, oder? Was für eine Korruption, wenn ich gefressen wurde. Aber klar ist das Spiel. Nein, noch nicht. Dann möchte ich ein anderes Tier sein. Nein, ich möchte überhaupt keins mehr sein. Also bin ich hier nicht willkommen mit dem Brust. Alter, jetzt doch nicht. Er hat jetzt einen dieser Viecher gefressen und getötet und frisst es jetzt nicht. Ich hab das befürchtet. Toller Satz, Bauch. Toll, du brauchst dir nicht. Ja. Äh, bin ich das da oben? Ja. Vielleicht jetzt mal mal gucken. Ja, okay. 2, 6, Sprengo! Ja, ich lebe! Du lebst noch! Noch? Was soll das denn heißen? Weil jetzt sind die ganzen Süßigkeiten weg und dabei sollte der Typ die auch fressen. Das ist die Frage, ob er das jetzt zählt. Jetzt verstehe ich den Ausdruck Piñata erst. Piñatas sehen ja manchmal so aus wie diese Viecher da hinten. Das ist natürlich verarscht. Du kennst auch Piñatas. Oh mein Gott. Alter, wir spielen seit eineinhalb Stunden, Digga. Hey Mann, ich kenn das Spiel nicht. Aber ich hab jetzt erst verstanden, warum das Spiel so heiß wie es heißt. Aber ich lerne. Ja, ja. Nenn mal den Ernst dazu. Ich lerne auf meine Art und Geschwindigkeit. Lass mich. Mama liebt nur mich. Was ist los? Weißt du, was ich für cool finde, oder? Wenn du wegen mir tausend Dislikes bekommen würdest. Auf jeden Fall. Wär richtig nice. Dann würdest du mich auf jeden Fall wieder einladen. Ich würd mich selber einladen. Ja. Ja, jetzt mal ohne Willz hätte ich tausend Dislikes. Hätten über tausend Leute meine Videos geguckt. Ja, natürlich. Das ist natürlich auch ein Vorteil, ne? Das muss man so betrachten, Digga. Legst mir am Arsch. Nex. Nex. Oh mein Gott. Keine Diamanten. Das ist ein Diamantenbaum, cool, ne? Hätte ich auch gerne. Ich auch. Die geben nur 72, ey. Diamantenbäume, ja. Die geben aber nur 72. Dann hast du keine Sorgen mehr im Leben. Ich weiß gar nicht mehr. In irgendeinem Cartoon gab es mal irgendwie, der hat einen Geldbaum gepflanzt. Das fand ich cool. Das war auch Entenhausen oder irgendwas. Duck and Duck war das. Nein, Duck and Duck war das. Duck and Duck, stimmt. Das ist doch eine gute Sendung gewesen. Da gab es mal eine Folge, da haben sie einen Geldbaum gepflanzt. Boah, so ein Ding wollte ich auch gerne haben. Das wäre nice. Ja. Einfach keinerlei Probleme mehr. Nee. Dann würde ich mir absolut die besten PC und Hardware und sowas alles verkaufen erst mal. Richtig. Und sobald irgendwie Matten kommen und du hast keinen Bock, nur so Ersatzteile, kaufst du gar nicht direkt nur noch. Und viele neue Spiele würde ich mir gerne holen. Das heißt, passierendeweise neue, alte Spiele. Also alte Playstation-Spiele oder sowas anders. Und damals halt, ja, wie gesagt, 2 World Flash und noch viele mehrere. Ich habe nur noch richtig schöne alte Kontrollen. Richtig schön, back to the roots. Dann würde ich auf jeden Fall auch noch eine neue Playstation 1 sein, weil die Dinger sind gar nicht mal so günstig manchmal. Ja, wenn würde ich mir eine Super Nintendo oder sowas holen. Das auch. Alles würde ich mir wollen, einfach alles von den Dinger. Ich wollte es einfach nur haben und alle möglichen Games darauf suchten. Back to the roots halt, ne? Ja. Das meine ich ja auch jedes Mal. Wir sind einfach zu verwöhnt geworden. Naja, ich meine, also ich gehe nach Spielspaß. Ich sag mal so, das Spiel kann die beste Grafik ever haben. Wenn der Spielspaß auf der Strecke liegt, dann ist das sinnlos. Wenn mir das Spielspaß macht, kann es die beste Grafik haben, wie es möchte. Aber wenn es mir keinen Spaß macht, ist es für mich... Ja, das ist schon richtig. Wurscht. Also worauf ich immer achte, ist halt Story und halt Grafik. Ja, Story muss auch wirklich sein. Das muss halt bei mir stimmen. Ja, aber wie ich sag mal, hab ich schon mal erwähnt in einem Commentary von mir. Hab ich auch gesagt, wir sind einfach sehr verwöhnt geworden. Also es kamen einfach viel zu viele gute Spiele auf einen Schlag raus. Früher kamen halt... Es entwickelt sich auch sehr schnell. Ja, aber früher kamen halt wenige Spiele raus und dann waren alle saugut. Dann waren halt alle gut. Jetzt kommt halt jedes... Du musst überlegen, es kommt jedes Jahr einmal Call of Duty raus, Nitrospeed raus. Ja. Ist klar, dass man irgendwann mal übersättigt ist und dann mal sagt, boah, nee, dann hast du es gesehen. So, ich bin wieder unnötig am Kreis rumfliegen, weil ich wieder auf Basing warte, also Basinger. Oder halt auf Galagoon. Kannst du nicht alle so wieder Zeit machen? Irgendwas anderes Produktives? Nee, irgendwie nicht. Ich habe keine neuen Bäume, aber Pflanzen, die ich pflanzen könnte. Reden mit der alten hier. Pass mal auf. Ich weiß nicht, ich habe ja gerade ein Level gemacht. Ich kann ja mal gucken, was es hier noch jetzt gibt. Seine Katze wollen jemanden anrufen, die sitzt am Telefon. Wählst du noch einmal den Eiborz-Waren-Schwimmer? Ah, das ist doch der einzige Typ davon, ne? Mö, 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 mö. Finde ich cool. Mö, mö. Das finde ich geil. Wir haben auch hier den hier oder der kurze von allen. Wer ist das denn? Ist das ein Automat? Ist das ein Bierfass? Nee, Milchfass. Achso. Planst du einen Aufruf, bitte. Suchst du einen Helfer? Boom. Also der Automat tut mir bei allen ziemlich leid. Die werden als vergewaltig. Mö, ist ein starker. Wer haben sie da noch? Zeig mal die alle. Ich würde die mal gerne sehen. Diese Vogelscheidung, finde ich ja. Die sind Tinker. Die Stimmen vor allen Dingen, würde ich mal hören. Ein letzter Kunde vor meiner heißen Schluck. Fällt's gut, wie der den Mund bewegt? Bäh, 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 bäh. Hä, wie ist denn ab und zu bei Mario an diese Kettenrunde, weißt du? Achso, ja, ja, mit den Zähnen. Ja, stimmt, genau. Das ist Willi Bilder. Hast Glück, dass du mich erwischt hast. Ich war gerade auf dem Weg, um mir ein Glas Milch zu genehmigen. Hä, Glas Milch? Du bist aus Metall. Was willst du mit Milch? Alter, die rammelt als an dem Automaten rum. Okay, das klingt cool. Mach einen Automaten, schlägt einen Automaten zusammen und gibt dir Ratschläge, wie du Schmerzen verhindern kannst, ey. Der Typ ist cool drauf. Ich fand, der wäre auch im Kopf. Hammer. Der wäre mit Papier am Kopf, oder? Ein Hammer? Ich habe einen Hammer woanders. Okay, nein. Ja, ich schwing auch jeden Abend vor. Das ist Hammer. Das willst du überhaupt nicht wissen. Oh mein Gott. Anwesend. Weißer Flatterscotch. Hatte ich auch noch nicht. Du bezeichnest dich selber als Gott. Nee, du. Äh, nein. Ist das irgendwie die Spitze bei diesem Ding dreht? Tja, als wenn irgendwie einer von diesen Vöbeln dagegen geschluckt wäre. Nee. Eigentlich nicht. Ich muss mal sagen, machen wir gleich Schluss, ne? Das passiert ja auch mir nix mehr. Ich muss mir noch neue Aufgaben suchen. Ich muss mal ein Fettogener und die auch noch mal hängen holen. Ich erbe dir. Alter, tritt die Boxen auf P zu dem ZE. Ja, das mit einem Tarzan-Schneiber-Decken. Das ist halt irgendwie genau geil. Das ist krass. Das ist krass. Du kannst ja alles rausschneiden, was dir vorhin nicht gefällt, was ich gezählt habe. Ich kann es nicht nachfuhigen. Doch, ich kann es nachher sehen, wenn ich die Aufnahme sehe. Die Richtung du jetzt hochgeladen hast. Soll ich es nicht. Wie ist eine Reine der da ist. Da kann ich sehen, was du alles geschnitten hast. Das Ding ist sogar ein Minendetektor. Das finde ich okay. Was war das denn jetzt gerade? Das war ein Titan. Okay. So ein Aufmerksamkeitsdeficit der Arsch, Alter. Aber stimmt meiner. Ja, was sonst ist natürlich. Du kriegst auch reiche Süßigkeiten weg, ey. Das tut auf jeden Fall im Reel einfach auf mich zu. Halt! Das Ding ist sogar ein Minendetektor. Das finde ich ja krass. Oh, fett, neulich. Auf dem freigeschaltet, Mann. Konziden, minzen, 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 minzen. Wie hast du das eben nicht schon gemacht, als du in den Detektor hier rumgegängst? Wo du aufgewarten musstest? Ich habe gerade noch was gehört. Ich habe alles geblaschen. Ich habe immer noch was gehört hier. Ja, hier. Was ist das jetzt? Einst du auch geblaschen? Einst du auch geblaschen? Halt! Das ist jetzt voll gemein. Direkt unter dem Baum. Da kann ich gar nicht ran. Okay, jetzt müssen wir es jetzt mal wieder schön machen. Ja, wieder Rumsamen. Wer ist mein Boden gedeiht? Ja, natürlich. Das würde ich auch sagen. Hast du ja auch gesagt, deswegen. Aber direkt über die Rübe. Furcht gut. Ja, wie gesagt, ich werde aus meinem Samen überall. Ja, du kannst es glaube ich auch hören damit. Ich weiß, dass du es gerne tust, aber es genügt. Steck ihn wieder ein. Steck ihn auf jeden Fall wieder ein, ja. So, geiler Gugu. Welcher von den ganzen bist du denn jetzt? Es kommen immer zwei Stück. Wenn du den Pech hast, bekommst du jedes Mal den Falschen. Irgendwie fern denn falsch? Ich habe zum Beispiel einen gehabt, der hatte schon alle vier Tulpen gefressen. Du musst eigentlich nur noch die zwei Modrops fressen. Dann kam jetzt plötzlich wieder ein Zweiter, der noch gar nichts hatte. Okay. Dann musstest du natürlich den erstmal in Stimmung bringen. In Stimmung bringen? Ja. Mir gefällt die Wolfshöhle. Jetzt wird es natürlich wieder Tag, jetzt wird es mich verarschen. Ja, mein Gott. Kein Plan, wo er hin ist. Wo ist es denn weg? Also ja, naja, jetzt ist der Tag auch wieder ab. So ein Bullshit, Alter. Was? Das war schon Nacht, ich habe so viel hier nicht mitgekriegt. Alter. Ja, ich bin sehr aufmerksam, wie man heute merkt. Das heißt, dich kennt man ja schon, mich kennt man ja nicht. Ich kann doch ganz anders sein, als es mich dir gäbe, ey. Nein. Du kannst voll arroganz Arschloch sein. Nö. Eigentlich, wenn ich meine Spiele spiele, sage ich mal so, dann... Ich sage mal so, ich habe eine laute Stimme in dem Moment und ich brille viel rum. Und ich mache auch meine Geräusche auch immer selber. Und ich irgendwie zuschlage, dann mache ich immer so, BAM oder so. Ich mache immer, ich weiß nicht, ich muss das irgendwie immer machen dabei. Und dann, ja. Ja, dann schlägt es sich halt besser, weißt du. Ja. Einfach einen härteren Schlag. Ja, ich weiß auch nicht, immer wenn ich irgendwie so etwas spucke, dann sage ich so, dass du Katwurst oder so. Das wäre das mögliche. Ich muss irgendwie immer was sagen. Und wenn ich angepisst bin, dann benutze ich auch meistens extremer Beleidigungen. Aber sonst werde ich nicht bei Spielen angepisst. Doch werde ich eigentlich schon. Das war ganz anders. Ich merke es wohl meistens nie. Der Rage-Mood. Eins, zwei, drei, vier. Irgendwas steht da unten mit Sesshaft gerade. Ja, das ist so ein scheiß Worm wieder. Das hier. Ich freu es nicht tierisch, dass er es zu Hause gefunden hat. Und schwupp. Ach, einfach so alle happy. Ja, peace für alle. Zwei, drei, vier. Muss ich jetzt nochmal... Ne, fünf. Da mehr mal. Candidarian. Dinglos. Ja, Leute. Ich würde sagen, das reiht eigentlich schon. Wir kommen hier einfach nicht vorwärts. Und ich verliere langsam die Lust ein bisschen. Weil ich nichts zu tun habe. Und daher würde ich jetzt einfach mal sagen, hier... Ist es wirklich schon zu spät? Wir bänden und schweiern das hier. Und zwar schweiern irgendwo machen wir. Schwer hat mich für Susi-Strecke-Tag. Ich auch. Warst du auch Strecke-Tag? Nein. Ich sag nur Tschö-Tschö. Gut. Hoffentlich sehen wir uns einfach mal online. Tschüss. Tschüss. Ja, ja. So, erstmal ein bisschen nachvollziehen. Ich... 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 Hast da mal viel zu tun, ey. Oh mein Gott. Lass gucken wir uns später noch... Vielen Dank.